Willkommen bei Mathematik und willkommen in einer neuen Playlist. Es geht um unbestimmte Integrale. Ich habe wieder ein paar schöne Beispiele mitgebracht, ein paar schöne Aufgaben und ich werde immer ganz präzise, ganz sauber und ordentlich, ganz Step by Step die verschiedenen Integrale hier berechnen. Und wir starten mal mit der Aufgabe 1. Sie lautet, berechne das folgende Integral. Wir haben hier das Integral von x² plus 1 dx. Es ist ein unbestimmtes Integral. Wir haben keine Integrationsgrenzen. Wir integrieren also diese Funktion hier. x² plus 1 ist eine Funktion und die wollen wir integrieren. Heißt, wir wollen alle Funktionen finden, die abgeleitet x² plus 1 ergeben. Beim Ableiten gehen wir ja am Exponenten 1 runter. Also müssen wir beim Integrieren eben 1 raufgehen. Statt x² schreibe ich also x hoch 3. Aus der 2 hier im Exponenten wird eine 3. Die 3, davon bilde ich den Kehrwert, also ein Drittel und schreibe diese ein Drittel dann hier als Vorfaktor vor die Potenz. Also ein Drittel mal x hoch 3. Wenn wir ableiten würden, hätten wir wieder 3 mal ein Drittel wäre 1 mal x. Oben im Exponenten 1 abziehen, 3 minus 1 ist 2. Hätten wir hier einfach x². Aus 1 wird durch Integration 1 mal x, weil 1 mal x abgeleitet 1 ist. Am Ende schreiben wir noch plus c dazu. c steht für alle reellen Zahlen. Das ist ein konstanter Summand, der beim Ableiten wegfallen würde, beziehungsweise beim Ableiten zu 0 werden würde. Wir wollen ja alle Funktionen finden, die abgeleitet eben x² plus 1 ergeben. Na ja, und dann sind wir hier schon fertig. Das unbestimmte Integral von x² plus 1 dx ist also ein Drittel x hoch 3 plus x plus c. c steht wie gesagt für alle reellen Zahlen. Und wir haben hier in blau dargestellt also alle Funktionen, die abgeleitet gerade x² plus 1 ergeben. Kannst du ruhig mal ausprobieren. Leite die Kiste hier ab, es wird x² plus 1 rauskommen. Schön merken. Kleiner Reminder. Das unbestimmte Integral ist die Menge aller Stammfunktionen. Das unbestimmte Integral ist die Menge aller Stammfunktionen. Das ist sehr wichtig. Das unbestimmte Integral ist also so eine Art Funktionsschar, und zwar die Schar aller Funktionen, die abgeleitet die Ausgangsfunktionen ergeben. Hier wäre das eben x² plus 1. Das gerne merken, ein unbestimmtes Integral als Menge aller Stammfunktionen. Und dann würde ich sagen, üben wir das noch eine Runde. Ich verlinke dir noch ein paar weitere Videos. Schau gerne rein und dann sehen wir uns wieder. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.